Hallo Leute, wie ihr seht, habe ich jetzt mal wieder drei Spiele offen und ich spiele zuerst gegen Roti 38. Und ich spiele zuerst gegen Roti 38. Als nächstes kommt Merida 59. Und ich spiele zuerst gegen Roti 38. Und zum Schluss noch Lady Cassie. Und ich spiele zuerst gegen Roti 38. Und ich spiele zuerst gegen Roti 38. So, und wie ihr seht, habe ich jetzt keine Spiele mehr offen. Und würde damit mal sagen, ciao Leute.